Ich kann wieder auflegen, aber jeder politische Abstehung macht tatsächlich mit ihm nicht. Ja, Fahne bitte runter, wir wollen jetzt keinen provozieren jetzt. Wir provozieren nicht. Was ist denn das für ein Land, wo man mit der Deutschlandfahne provoziert? Sind wir im Ausland hier? Ja, spinnig. Ey, Wahnsinn. Habt ihr gehört, die Fahne runter? Nikola. Am besten unter die Jacke verstecken. Dabei haben die mal einen Eifel. Nee, Frau Merkel. Ja, genau. Fahne weg. Wir befinden uns anscheinend nicht mehr in Deutschland. Erst auf der Veranstaltung. Ey, wer sich durch die deutsche Fahne provoziert fühlt, der sollte schleunigst ausreisen, wirklich. Und die haben auch mal ein Eid geschworen auf Deutschland. Ja.